ARD Text im Auftrag von funk Schau mal da, da ist er! Der Ballaton! Und wer ist Deutscher? Sag mal, können wir euch irgendwo hin mitnehmen? Wo sollst du denn hingehen? Einfach geradeaus bis zum Ballaton. Was ist denn da? Ein Pionierlager. Dann seid ihr von drüben. Was ist denn das? Das ist das neue Album von Deepish Mode. Übelst gut. Kriegt ihr das bei euch auch einfach so? Na klar, Deepish Mode, The Cure, Petschaboy. Na ja, ehrlich gesagt kriegen wir das nur bei Westwind. Auf Wiedersehen. Hoffentlich. Bahn ist Ruderkader. Ihr macht 20 Bahnen jeden Nachmittag. Sind wir einen Platz für einen dritten? Nee, nee. Aber einer Meinung seid ihr immer. Fast immer. Du siehst ja aus wie Kathi Witt. Wenn man tanzen geht, dann will man ja nicht aussehen wie ein Ruderer. Ich weiß nicht, wie du den Traum machst. Die Mutter macht mich schreien. Sie sagt, oh! Warum konntest du nicht einfach mit nach Hamburg? Dann können wir uns sehen, wann wir wollen. Könnt ihr hier nicht eure Westkontakte pflegen? Mit sowas könnt ihr eure ganze Zukunft versauen. Das mit den Jungs ist zu gefährlich für uns. Wir sind aber hier in Ungarn. Wir sind nicht in der DDR. Pass auf. Ich habe mit den Jungs gesprochen. Wir würden's machen. Du schmilzt. Ich meine es ernst. Ich nehme dich und Issa mit. Du kennst ihn der ersten paar Tage. Es ist sich aber noch nie so angefühlt. Ach ist es so. Was ist denn, wenn ich ihn nie vergesse? Vielleicht besiegt sowas einmal im Leben. Doreen, wir hauen in drei Tagen ab. Was machen wir denn dann?